Demokratie ist der Wille, in einer Gemeinschaft zu leben. Demokratie ist gemeinsam Verantwortung übernehmen. Demokratie ist, wenn Menschen gemeinsam entscheiden. Gemeinsam bedeuten alle. Wir sind Demokratie. Und Wirtschaft ist unsere gemeinsame Arbeit. Jeder Einzelne treibt dazu bei. Ohne uns gibt es keine Wirtschaft. Wir sind Wirtschaft. Aber wir stehen in der jetzigen Wirtschaft ja nicht im Zentrum. Ein paar wenige profitieren von der Arbeit von ein paar Tausenden. Und die paar Tausende büssen für die Fehler von ein paar wenigen. Und die Ungleichheit steigt immer mehr. Zwei Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzt heute mehr als die restlichen 98 Prozent zusammen. Der Arbeitsplatz, die Rente, die Lebensqualität, die Natur. Die ganze Zukunft ist ungewiss. Weil im Gegensatz zu viel anderem in unserer Gesellschaft ist die Wirtschaft nicht demokratisch organisiert. Die Mehrheit kann nicht mitbestimmen. Die Betroffenen bleiben machtlos. Wir wollen Wirtschaft für alle, nicht für ein paar wenige. Wegen dem braucht es eine Demokratisierung der Wirtschaft. Nur so schaffen wir die Grundlage für eine freie und solidarische Gesellschaft. Es ist Zeit für mehr Demokratie. Das ist Zeit für mich. Die Unternehmen war ein bisschen die Erfahrungen. Untertitelung des ZDF, 2020